In Word können Sie ja ganz prima Linien ziehen, indem Sie zum Beispiel dreimal die Minustaste drücken und dann auf Return. Nur, wie kriegen Sie die Linie wieder los? In dem Fall handelt es sich hier um eine Rahmenlinie. Das heißt, Sie klicken mal den Text darüber an und dann gehen Sie hier auf Start und in Absatz suchen Sie hier nach diesem kleinen Symbol für Rahmen. Klicken Sie mal drauf und dann wählen Sie hier kein Rahmen und die Linie verschwindet wieder. Das war's für diesmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei tippscout.de.